So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Display und zwar ein Draft Booster Display von Wilds of Eldraine. Ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von Draft Boostern, ich bin eher der Set Booster Typ, aber bei einem ganzen Display, was man eigentlich verdraften sollte, konnte ich jetzt ganz schlecht Nein sagen. Vor allem nicht, weil dieses Display mir zur Verfügung gestellt wurde vom, wer hätte es gedacht, dem guten LipLab1-MTG-LipLab auf Instagram, LipLab1 auf CardMarket und dieser sehr nette Händler hat mir dieses Display zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Karten hier sucht, die ihr hier seht, vielleicht seht ihr die ja schon dann bei ihm online oder vielleicht wurden die schon wieder verkauft, könnt ihr mal nachschauen. Ansonsten wäre es natürlich sehr, sehr cool, wenn ihr ihm folgen würdet, mir natürlich auch, Instagram, Facebook, Twitter, was habe ich noch alles? Ich habe noch irgendwas, ich habe noch irgendwas. Twitch, aber da bin ich nie. Egal, das wäre cool und wenn ihr mich monetarisäer unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf Patreon. Hier nochmal eingeblendet, meine lieben Patreons. Vielen, vielen Dank an jeden einzelnen dieser Patreons. Ihr unterstützt mich immens und es ist wirklich, wirklich, wirklich gut, was ihr da macht für mich und es freut mich und ich bin so glücklich und ich hoffe, ich werde dem Ganzen gerecht, was ihr da mir gebt und was ihr mir wiedergebt an Gefühlen und an monetären Werten und ähnliches. Wenn ihr kein, nicht in der Position seid, mich zu unterstützen, bitte seid nicht traurig. Ich bin auch sehr, sehr dankbar über ein Abonnement, ein Like vom Video und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool und dementsprechend, ja, gehen wir nach dieser Ansage ins Display. Ich gucke mal, ob ich das öffnen kann. Wie immer bei so Displays gehe ich relativ zügig da durch. Jetzt habe ich neulich ein Setbooster aufgemacht, das ist ein Set Display. Das Video werdet ihr hier oben irgendwann hier oben da, 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 da oben sehen. Da könnt ihr mal drauf gucken, wenn ihr wollt. Aber ja, der Punkt ist halt, da wurde sich beschwert, ich werde zu langsam. Jetzt sind hier mehr Booster drin. Dementsprechend werde ich mich ein bisschen mal. Also die Leute, die Schwert haben, das ist langsam. Ich habe mehrere Pans bekommen auf Instagram und sonst was. Blecky, ich finde dein Video cool, aber warum machst du das so langsam? Versuchen wir es diesmal schneller zu machen. Ich hoffe, dann werde ich ein paar Leuten gerecht. Bei Displays kann man es einfach niemandem recht machen. Ist halt einfach so. Der Punkt ist, wir haben hier Draft Booster. Dementsprechend geht es sowieso nur um die Rares und Mythics. Da haben wir Extraordinary Journey. Sehr gut. Utopia Spoil. Sehr, sehr coole Karte. Muss, muss, muss noch ein paar Mal mehr ziehen. Utopia Spoil. Sehr, sehr gut. Würde ich auch gerne ein Play-Selfen haben. Aber ich darf diese Karte nicht verhalten. Ich schicke sie zurück. Dementsprechend mal schauen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich will diesen Otter haben. Und mal gucken, ob wir den Otter ziehen. Spide Flexmage, Raid Bombardement und nope. Wenn ich was Cooles sehe, wenn ich was sehe, womit ich unbedingt drüber reden möchte, dann stoppe ich. Keine Sorge. Würde die Leute, die jetzt sagen, der geht da nur durch, der redet damit gar nicht. Doch, 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 doch. Wenn ich was Cooles sehe, wenn ich wirklich was sehe, worüber ich mit euch reden möchte und wo es halt Sinn macht, euch zu nennen. Zum Beispiel Gingerbrood. Gingerbrood ist eine großartige Karte. Ein Mana, eins, eins, Eile. Super gute Karte. Sollt ihr mehr von spielen, dann mache ich das auch. Oder Horned Lock Whale. Sechs Mana, sechs, sechs, Flash Ward, zwei. Und wenn der ein Spiel willkommen kommt, geht ab dem Spieler sein. Das ist unser Zug. Und für zwei Mana können wir eine angreifende Kreatur oben oder unten aufs Deck legen vom Gegner. So, so, so starke Karte. Und As for Toad auch sehr, sehr nice. Drei Mana Enchantments mit Versorgungsmenschung im Counter drauf. Und Karten mit der genau der Mana kosten können wir einmal pro Runde für null spielen, die genau den Mana Value haben. Oder weniger. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Genau. Dann rede ich mit euch darüber, erkläre, was die Karten tun und warum die cool sind, weil man die einen halt cool im Commander spielen kann. Oder, oder, oder. Aber ansonsten gehe ich hier relativ zügig durch. Dann haben wir ein Iron Crack. Commander-Ding. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wurde jetzt neulich belehrt, dass es gar nicht so cool ist im Commander, wie ich immer dachte. Ich dachte, es wäre voll cool. Ich habe das letzte Mal total angepriesen, aber ist nicht mehr so. Beziehungsweise war entscheidend noch nie so. Spider Food. Commune with Nature. Sehr gute Karte, tatsächlich immer noch. Tethered Retter. Gute Karte. Und Blossoming Tortues. Vier Mana, drei, drei. Immer wenn das Spielfeld kommt, millen wir drei Karten, nehmen dann Land aus dem Friedhof getapptes Spiel. Aktivierte Fähigkeiten von Ländern kosten ein Männer weniger und Land-Kreaturen haben plus eins, eins. Sehr, 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 sehr coole Karte. Wirklich sehr coole Karte. Die ist von, von, von ganz vielen aus meiner Umgebung wirklich eine der Lieblingskarten in diesem Set. Und das nicht ohne Grund. Wirklich nicht ohne Grund. So. Dann haben wir Rankled's Prank. Oversault Cemetery. Zwei Mana Charmings im Mindestversorgungsgebiet. Wenn vier oder mehr Kreaturenkarten in Friedhof fliegen, nehmen wir einen zurück in die Hand. Sehr gut. Und der Prank macht halt, äh, jeder Gegner wirft zwei Leben, verliert zwei Leben, äh, vier Leben, wirft zwei Karten ab oder auf zwei Kreaturen. Ist ganz nett. Aber keine gute Karte. Deswegen, über so Karten gehe ich dann meistens ein bisschen drüber. Ähm, ich hoffe, das ist okay für euch. Weil ich muss hier auch irgendwann durchkommen. Wir haben schon wieder fünf Minuten drin und ich habe gefühlt nichts gemacht. Ich suche aber auch immer noch Up The Beanstalks. Die habe ich immer noch nicht gesehen. Song of the Totentance. Spannend. Forced Flotation. Der ist auch sehr gut, weil er immer sieben Karten sieht, wenn ein Spieler, oder eine Spielerin, ein Spell spielt. Sehr, 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 sehr coole Karte. So. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich mich selber zu sehr gepusht, dass ich hier durchrenne. Jetzt kann ich auch ein bisschen runterfahren. Charmed Sundrill. Zwar meiner, äh, 1-1 Eile. Wenn sie ins Spielfeld kommen, dann, ähm, suchen wir uns eins auf. Entweder ziehen wir eine Karte, wirft eine Karte ab. Wir kreieren einen Treasure-Token oder die Wicked Roll an der Kreatur. Sehr gute Karte. Ist ein Gegenstück. Tropea Sprawl, die Nummer zwei. Sehr gut. Chancellor of Tales. Ist ein Gegenstück von dem Charming Prince aus, äh, dem Original Eldraine. Und sowas mag ich ja. Ich finde es sehr cool, wenn Karten alte Sachen wieder aufgreifen oder tatsächlich irgendwie, ähm, nochmal von was erzählen oder halt irgendwie damit umgehen. Das, das mag ich ja total. Das finde ich ja wirklich cool. So. Dreadknight. Dreadknight ist eine coole Karte. 202, 2 Trampel. Wenn er stirbt, können wir ihn bis zum nächsten Zug aus dem Friedhof als Adventure casten. Als Adventure ziehen wir eine Karte und verlieren ein Leben für zweimal. Sehr, sehr starke Karte. Wird sehr viel bei mir in der Gebäude gerade gespielt. Weil er ist einfach ganz, ganz schwierig loszuwerden und fast nicht kaputt zu machen. Dementsprechend spannend, würde ich sagen. So. Dann geht's weiter. Lord's Gitter. Sewer King. 303, 3 mit Red. Und wenn ich bin willkommen, äh, extrem wie oberste Karte des Gegners. Und immer wenn wir ein Comet King krimieren, Red. Super stark. Season Growth. Island in Foil und Island normal. Booster öffnen. Einfach schön. Ich hab noch gar nicht. Okay. Riechen gar nicht so gut. Muss gleich mal nachgucken, wo die her sind. Aber riechen gar nicht so gut. Die Säule das nicht. Soulguide Lantern. Sehr cool. Mich gute Karte. Retreat of Knowledge. Fünf Mana. Enchantment, ähm, wenn es ins Spielfeld kommt, äh, werden Abilities doppelt getriggert. Sehr, sehr stark. Und wir zwei Mana kopieren wie eine aktivierte Fähigkeit oder eine ausgelöste Fähigkeit, ähm, und neue Targetzone. Sehr, sehr gut. Ist, glaub ich, der Beste der Virtua. Und, äh, dementsprechend sehr, sehr gut. Das ist ja schon ein paar ganz coole Karten dabei tatsächlich gewesen. Mir fehlt tatsächlich noch so ein bisschen da drin, dass wir ein Updabin Stocks ziehen. Sentinel of Lost Lore. Drei Mana drei, vier. Wenn das Spielfeld kommt, schauen wir uns eins aus. Wir bringen eine Karte mit, äh, äh, im Exile. Das Adventure hat auf die Hand. Okay. Wir legen eine Karte, die man nicht kontrolliert, die Adventure hat auf den Botnodes Deck. Oder wir exilen einen Spielers Friedhof. Der ist geil. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Chicky Hausmaus. Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Ja. Entschuldigung. Ich bin männlich. Männlich. Nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Return of the Wilds. Hamlet. Chancellor. Bramble Familia. Zwei Mana zwei, zwei. Tappen für ein grünes. Und man kann ihn irgendwie zu die Hand nehmen. Und dann nochmal sieben Karten millen, um eine Kreatur zu holen. Ganz cool. Copy Enchantment. Ein wunderschönes Artwork. Drei Mana Enchantment. Copy Enchantment. Kommt als Kopie von der Enchantment. Deswegen heißt die Karte Copy Enchantment. Magic war damals nicht so kreativ mit den Namen. Deswegen gibt es auch die Karte Copy Artefakt. Wisst ihr, was sie macht? Die kopierten Artefakt. So. Heart Elemental spiele ich tatsächlich auch im Legacy. Sehr cool. Virtue of Persistence. Sieben Mana zu Bundesversorgungsgemeins bringen wir eine Kreatur aus dem Friedhof-Zirkenspiel. Und für zwei Mana können wir eine Kreatur minus drei, minus drei geben und zwei gelegen bekommen. Sehr gute Karte. Diese Virtue ziehen wir jetzt aber auch echt viele von. Kann das sein? Oder habe ich das jetzt einfach nur im Gefühl, dass das mehr sind? Obwohl es gar nicht so viele sind. Ja. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ähm. Kordorf. Totentanz. Cruel Somophage. Zwei Mana XX. Stärkes Widerstandskraft. Gleich der Kreaturen in allen Friedhöfen. Für zwei Mana Militenspieler. Vier Karten. Sehr, sehr basic. Sehr gut. Soulguide Lantern in Foil. Oh mein Gott, ist die hübsch. Ui, ist die hübsch. Nein, Blackie, du brauchst keine Soulguide Lantern in Foil. Egal, wie hübsch sie ist. Okay. So. Torch of Power. Sehr gute Karte tatsächlich. Sliderfans. Sehr, sehr gute Karte. Wirklich, wirklich gute Karte. Sollte man mehr spielen. Soll angeblich Pioneer aktuell retten. Zumindest das, äh, gute Phoenix Deck. Restless Fortress. Tapped Land. Ich bin kein Fan von denen. Bin absolut kein Fan von denen. Deswegen. Ich finde die nicht gut. Ich finde die einfach nicht gut. So. Gehen wir mal weiter. Und. Das sind so rare. Colony. Die macht 1-1 Ratten. Und ui. Er ist verteilt in Foil. Sehr, sehr cool. Er ist verteilt in Foil. Es sind halt Draftbooster. Setbooster sind halt sehr, sehr, sehr viel ergiebiger. Ähm. Was, was so den Inhalt angeht. Und was die Anzahl der Rears angeht. Draftbooster sind halt zum Draften da. Was mache ich halt gerade nicht damit. Tendons Messengers. Und mehr Volk Dude. Den Fairy Dude. Kauks Uprising. Ja. Das ist halt so ein Draft-Ding. Und, ähm. Ich mag ja Seat. Ich mag ja Draft tatsächlich. Aber vom Prinzip her muss ich sagen, kriegt man die Leute einfach nicht mehr zusammen. Das war früher anders. Früher hat man die Leute tatsächlich ja zusammengekriegt dafür. Heute leider nicht mehr. Karte Champion. Ui. Prodigy. Blaues und X. 0,1. Kommt mit so vielen Plus-Ans-Eins-Marken zu spielen. Das Beginn des Versorgungsgements kann man ein oder mehr Marken von ihm, äh, removen und eine Karte zu sehen. Ne, eine Karte. Gravepack. Uh, uh, du bist hübsch. Drei, äh, drei Schwarz und ein Farbloses. Immer wenn eine Kreatur stirbt, muss jeder gegen eine Kreatur opfern. Der Liebling an jedem Commander-Tisch. Wirklich. Das ist das euch. Das ist der Liebling. Solltet ihr in jedem Deck spielen, die Leute werden euch dafür lieben. Nicht. Beanstalk Worm. Es ist immer der Beanstalk Worm, aber nicht Up the Beanstalks. Up the Beanstalk. Sehr, sehr gute Karte. Zwei Mana. Wenn sie ins Spielwerk kommt, ziehen wir eine Karte. Oder wenn wir ein Spell spielen, Mana-Kasten von fünf oder höher, ziehen wir auch eine Karte. Janna. Die Regent. Die Elf-Nobel. Wo man ein Enchantment mit, äh, demselben Namen aus dem Friedhof folgen kann. Also eine Kopie machen kann. Ganz nett. Layline of Lightning. Macht so ein bisschen mehr Damage mehr. Auch nichts Besonderes. Die schlechteste der Layline. Meiner Meinung nach. Change my mind. If you'd like to. Und, ähm, ja. Ich brauche immer noch so ein Otter. Wir haben immer noch Curse of the Werefox. Sehr cool. Lustige Karte. Otter. Nee, Song of the Totentance. Die Direct to Large. Virtue of Knowledge in Foil. Ich hoffe, die Virtue sind was wert. Dann ist das Display vielleicht gar nicht mal so schlecht, was ich hier habe. Ähm, Spellstatter. Von der Spellstatter Sprite. Totentance. Poland Shield Hair. Das ist das alte Artwork, was ich von ihm kenne. Der gute Hase. Sehr, sehr süße Karte. Primal Vigor. Fünf Mana. Immer wenn ein oder mehr Token in den Spielquell kommen. Macht man doppelt so viele Token. Wenn ein oder mehr plus eins macht. Macht doppelt so viele plus eins macht. Gilt für jeden Spieler. Ist eine der teureren Karten. Ähm, und der Hase ist eine der süßesten Karten. Wenn nicht die süßeste Karte. Muss man ja sagen dürfen. Man muss ja sagen dürfen, dass Hasen einfach super süße Tiere sind. So. Dann gucken wir mal weiter. Da. Foundsbane Trolls. Das ist eine sehr coole Karte. Ähm, die fightet, wenn man eine Enchantment, die einem ausgerüstet ist, opfert. Und der kommt halt mit einer Monster Roll rein. Was ganz cool ist. Lantex. Geiles Artwork, by the way. Ein weißes Mana. Wir entscheiden mit zumindest Versorgsments. Wenn ein Gegner mehr Länder wie du kontrollierst, dann darfst du dein Deck nach einer Ebene durchsuchen. Ne, drei. Sogar drei Basisländer und dir auf die Hand nehmen. Und Ingenious Prodigy ist unsere Rare. Voll. Haben wir nicht schon eine Rare? Wir hatten eine Mythic Voll. Haben die die Anzahl an Rare-Folds und Mythic-Folds erhöht? Kann das sein? In Draftboostern. Ich hab keine Ahnung mehr von Draftboostern. Sliderfans. Weil ich halt wirklich eine Person bin, die Mainland eher auf Setbooster baut, statt auf Draftbooster. Weil Draftbooster sind zum Draften da. So, Sliderfans. Da wär mein Playset voll. Spannend. Spannend, welchen Playset. Sliderfans, dann würde ich das von Farby kaufen. Ich überleg's mir. Ich überleg's mir. Dreams Balls, Two-Headed Hunter und Sleep Cursed Fairy. 1-Manner-3-3 kommt getapptes Spiel. Für 2-Manner kann man sie ertappen. Sie hat Ward und fliegend. Hab ich neulich im Delver schon gesehen. Sehr spannend, dass die auch in Legacy gespielt werden könnte. Ja, ansonsten, ich bin halt von dem Set schon sehr angetan. Es ist halt vom Power-Level nicht so hoch wie das alte Wilds of Eldraine. Wilds of Eldraine? Tales of Eldraine? Das alte Eldraine. Oh, Farrell Counter shared. Da kriegen irgendwie nur viele Kreaturen, die einen Kreaturtyp shared oder sowas. Wie das alte Eldraine. Das alte Eldraine hat mich sehr viel mehr gecatcht, weil es sehr viel Märchenlastiger war. Das hier ist nicht so märchenlastig. Es gibt zwar so ein paar Karten, die so ein bisschen diesen Märchenaspekt wiedergeben. Keine Frage. Aber es ist nicht so märchenlastig, wie ich gerne hätte. Glass Casket. Der sieht übrigens viel, viel hübscher aus hier. Nicht dieser Fuchs da drin, sondern die Mensch. Moonshaker Cavalry. 8-Manner-6-6 fliegen, wenn sie ins Spielfeld kommt. Kriegen alle Kreaturen plus X plus X und fliegen nur bei X die Anzahl an Spielern. Kreaturen ist die mehr ab. Kass und Utopia Sprawl. Dritte. Okay. Nice. Gut. Jetzt noch den Illusive Order. Den habe ich immer noch nicht gezogen. Ich würde gerne einen Illusive Order ziehen. Oder zwei. Am besten zwei. Nein, du bist ein Decarded Dragon. 4-Manner-4-4 fliegen, Trampel. Wenn dein Spielfeld kommt, ne, wenn er angreift, kriegen wir einen Treasure Token. Und für drei Manner exilen wir zwei Karten face down vom Deck von dem Gegner. Und wir können die spielen, solange sie remain exiled sind. Sehr, sehr gut. Für drei Manner Instant end of turn, dann ihn spielen, dann mit ihm angreifen. Geile Karte. Karmic Justice in Anime Artwork. Drei Manner, immer wenn ein Gegner Spell und Ability bei uns ein Non-Creature permanent zerstört, dürfen wir bei ihm was zerstören. Smothering Tive wäre noch gut. Smothering Tive wäre noch gut, wäre nur noch tatsächlich die Quote der Fairy Tales erhöhen. Restless Fortress, Land, Raid Bombardement hatten wir schon. Ja, jetzt gehen wir langsam auf den Boden. Ich habe zehn Minuten schneller als ich fast schon geschafft. Ja, also ich hoffe, diesmal beschwert sich keiner, dass ich zu langsam bin. Und hoffentlich beschwert sich auch keiner, dass ich zu schnell bin. Ich habe es ein bisschen satt. Ich schaffe es nicht, die original richtige Geschwindigkeit hinzubekommen. Sehr cool. Perk Rides, Freeze in Place. Ich schaffe es nicht, die richtige Geschwindigkeit hinzubekommen. Ich bin ein Mensch, der Timings nicht so drauf hat, glaube ich einfach. So, was haben wir denn noch? Titanic Grove, Freeze in Place, Dead Dragon, Splashy Spellcaster, Raging Battlemouse, Nightly Veiler. Das sind halt so die Draft Booster, wo ich mir denke so, boah, da könnte halt eine Karte von der Liste drin sein, auch wenn die uns echt nicht gut gesinnen ist in diesem Set. Oder da könnte irgendwie eine coole Karte drin sein, irgendwas. Aber irgendwie, da fehlt dann halt was. Weil es sind halt nur die Cums, dann kommen die Uncums. Und dann kommt eine Goose Mother, die eine ganz coole Karte ist. 202, 2 fliegen, wenn sie das Spielfeld kommt, mit X plus 1 zu 1 machen. X oben Mana kosten. Und dann kriegen wir half so viele Food Tokens. Und immer wenn die angreift, können wir einen Food Token Opfer und eine Karte ziehen. Karo Cup Rising. Das ist eine ziemlich beliebte Karte, gerade auf Card Market. Vier Booster haben wir noch. Vier Booster, um noch einen Utopia Spall und vor allem einen Otter zu ziehen. Bestens zwei. Falscher Otter. Entschuldigung, ich muss genauer sein. Red Cap Cap Dweller. Ne, langweilig. Layline of Abundance, eine bessere Layline. Ice Out and Foil. Die könnt ihr übrigens bei eurem Local Game Store bekommen. Nicht genau diese, sondern eine Version davon. Müsst ihr mal nachfragen nach den Anime Artworks. Manche Stores haben es angeblich schon bekommen. Dementsprechend guckt bei euren Local Game Stores mal nach, was die so euch haben. Heart Elemental, sehr cool. Das Scalding Viper. Zwei Mana, zwei, eins. Immer wenn ihr dann Spelled Caster. Man kostet nur drei oder weniger. Dürfen wir einen Tarn-Gen-Gegner schießen. Für zwei Mana bringen wir eine permanente Zufel. Diese Karte ist, glaube ich, stärker als die meisten meinen. Und das ist auch eine Karte, die ich kaufen werde. Äh, meh, meh, ist gekauft. Der Oversault Symmetry, hatten wir schon. Aber so ein zweites Scalding Viper wäre gut. Oder endlich mal eine Lose-Water. Eine Lose-Water. Oder zwei. Wäre nice. Wäre nett. Es wäre sehr nett. Display. Talon, The Kindly Lord. Vier Mana, drei, vier fliegend. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, suchen wir uns eine Zahl aus zwischen eins und zehn. Und die Jätener können Karten mit Mana Value, Power oder Toughness gleich der ausgewählten Karte nur spielen, wenn sie dafür bereit sind, zwei Leben zu bezahlen. Und wir dürfen eine Karte ziehen. Sehr, sehr, sehr gute EDH-Commander. Season Growth. Keine Topia Spawn. Das wäre auch noch gut. Wir haben so viele Hits. Wir haben so viele Hits. Komm schon, enttäusch nicht. Bitte, bitte. Letztes Booster. Rift Tripples. Season Growth. Nope, 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 nope. Trotzdem war ein sehr cooles Display dafür, dass es ein Draft-Display ist. Wie gesagt, Z-Display habe ich auch schon aufgemacht. Könnt ihr euch auch mal angucken. Da war ich langsamer. Und da haben sich Leute beschwert. Egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an den lieben Fabi. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was folgen mit den Karten, was die coolen Karten darin waren, was die nicht so coolen Karten waren. Und ja. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert den Channel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.